Hallo und herzlich willkommen zum Audio-Rezept für Bierbrei. Bierbrei NDL Bierpapp Pappen waren die traditionelle Speise der einfachen Leute, meist aus einer Getreideart und Milch bestehend. Verfeinerte Zutaten machen daraus heute schmackhafte Nachspeisen. Für vier Personen werden folgende Zutaten benötigt. 40 Gramm Weizenmehl Type 405 600 Milliliter Buttermilch 4 Esslöffel Farinzucker 250 Milliliter Bier Zimt Folgende Utensilien werden benötigt. Sieb Topf mit dickem Boden Schüssel Zubereitung Das Mehl über einer Schüssel sieben und mit etwas Buttermilch zu einem glatten Brei ohne Klümpchen verrühren. Den Rest der Buttermilch in einem Topf mit dickem Boden zum Kochen bringen und unterrühren den Mehlbrei hinzufügen. Diesen Brei unterrühren einige Minuten leicht durchkochen lassen. Anschließend den Topf vom Feuer nehmen und den Brei abkühlen lassen. Dann die vier Esslöffel Farinzucker hineingeben und unterrühren das Bier hinzufügen. Den Bierbrei wieder zum Kochen bringen und mit etwas darüber gestreutem Zimt heiß servieren. Viel Spaß bei der Zubereitung und guten Appetit! Zubereitung Zubereitung Zubereitung